True Soldier ist startklar. Larox hat die Startposition eingenommen. Belinda Tuka mehr ran. Die Startboxen selbst, aus denen die Pferde in die Rennen gehen, werden zugelost. Also ganz innen steht Larox hier im vierten Rennen. Auch die anderen kamen jetzt heran. Wir warten noch auf Elferenc, nachdem der Tiger und Griepen auch eingerückt ist. Elferenc ebenfalls boxen auf zum vierten Rennen zum Preis der SITRA GmbH Land Rover. 2050 Meter heißt die Pferde zweimal auf der Zielgeraden. Zweimal kommen sie an uns vorbei. Beim ersten Mal normalerweise ein bisschen ruhiger als beim zweiten Mal, wenn es dann dem Ziel zugeht. Wer hat einen guten Start? Belinda Tua vorne abgekommen, auch Larox innen. Der Tiger außen daneben. True Soldier hat sich erstmal dahinter einsortiert. Griepen auch vorne jetzt mitzusehen. Und an der Außenseite galoppiert Elferenc. Zum ersten Mal bei uns vorbei. Sie dürfen ruhig ein bisschen zujubeln ihrem Favoriten hier im vierten Rennen. Belinda Tua hat die Spitze vor Griepen. Dahinter sehen wir eine Dreiergruppe mit Larox an der Innenseite, begleitet von Griepen und Elferenc außen. Dahinter dann True Soldier und The Tiger an dessen Gurten als Schlusslicht. Nur fünf Längen, vom letzten The Tiger bis zum ersten Belinda Tua. Die Stute führt das Feld in die Gegenseite unter Daniele Porcu, noch ca. 1300 Meter vom Ziel entfernt. Dicht geschlossen die sechs Kandidaten in der Gegenseite jetzt angekommen. Belinda Tua führt mit einer halben Länge Vorteil vor Griepen. Dahinter Elferenc in dritter Spurenposition. Dann sehen wir The Tiger vor innen Larox und außen daneben True Soldier. Aber sie schieben sich noch dichter zusammen. Das mögen nur vier Längen sein, die sehr auseinander sind beim Durchschreiten der Gegenseite. Vier, fünf Spuren werden auch benötigt. Belinda Tua hat die Spitze an der Innenseite, Griepen daneben mit Elferenc. Und weiter außen dann noch The Tiger zu sehen. An der Innenseite dann Larox mit True Soldier. So sind die Pferde jetzt auf dem höchsten Punkt der Bahn angekommen und im Schlussbogen ebenso. Belinda Tua hat die Spitze. Belinda Tua führt vor Elferenc. Dahinter Larox an der Innenseite mit True Soldier. Dann sehen wir Griepen an letzter Position auszumachen. Vorne bleibt aber Belinda Tua. Belinda Tua ist voraus. Belinda Tua führt mit einer halben Länge vor Elferenc. Dahinter Larox mit True Soldier, The Tiger. Und an letzter Stelle Griepen. Die Pferde kommen in die Zielgerade hinein. Belinda Tua an der Spitze, abgelöst jetzt von Elferenc. Elferenc führt auf die 400 Meter Marke zu. Probiert sich Elferenc hier zu lösen. Innen Belinda Tua, dahinter Larox und außen der Angriff von True Soldier und von The Tiger. Noch 200 Meter bis zum Ziel. Elferenc ist voraus. Belinda Tua bleibt eine kämpfende Angreiferin. Dahinter True Soldier mehr an der Außenseite. Aber Elferenc ist vorn. Elferenc noch 100 Meter. Elferenc vor Belinda Tua und True Soldier. Elferenc gewinnt ganz sicher. Elferenc gewinnt. Dahinter knapp. Belinda Tua zweite vor True Soldier. Dahinter dann Larox Abstand zu The Tiger. Und zu Griepen. Und hier die vorläufige Platzierung zum vierten Rennen zum Preis der Citra GmbH Land Rover. Der Sieg geht an die Nummer 4 an Elferenc, geritten von Norman Richter. Auf dem zweiten Platz die Programm Nummer 6 Belinda Tua unter Daniele Poku. Und auf dem dritten Platz die Programm Nummer 3 True Soldier unter Borjan Murzabaev. 4, 6, 3 die vorläufige Dreierwette zum vierten Rennen. 4, 6, 3 die vorläufige Dreierwette zum vierten Rennen. 5, 6, 3 die vorläufige Dreierwette zum vierten Rennen. 5, 6, 3 die vorläufige Dreierwette zum vierten Rennen. 3, 4 die vorläufige Dreierwette zum vierten Rennen. 5, 6, 6, 6, 5, 4 die vorläufige Dreierwette zum vierten Rennen. Bis zum nächsten Mal.